Bhagala Bandhasana, die Stellung der gebundenen Brücke. Ramani zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier aus beuge die Knie und fasse mit den Händen an die Fußgelenke. Hebe das Becken hoch und spüre die Dehnung in den Oberschenkeln und vielleicht auch im Psoas, also im tiefen Bauch. Du könntest die Dehnung in den Oberschenkeln noch stärken, indem du die Fasen zusammengibst und die Knie zusammengibst. Bandha heißt verschränkt, Verschluss, bezieht sich hier darauf, dass du mit den Händen an die Fußgelenke fasst. Eine weitere Möglichkeit für Bhagala Bandhasana wäre, du hebst die Arme und verschränkst die Unterarme, indem du mit den Händen an die Ellbogen oder Oberarme fasst. Und so ist es eine verschränkte Stellung. Woher der Ausdruck Bhagala kommt, ist nicht ganz klar. Bhagala bezieht sich eventuell auf die Göttin Bhagalamukhi, wobei Bhagalasana oder Bhagalabandhasana meistens mit H nach dem B geschrieben wird und Bhagalamukhi wird typischerweise ohne H geschrieben nach dem B. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine fehlerhafte Schreibweise. Jedenfalls Bhagala Bandhasana, eine Variation der Brücke, Schulterbrücke, Setu Bandhasana, eine gute Gegenstellung zu Schulterstand und Pflug und eine schöne Stellung, um Bauch und Oberschenkeln gut zu dehnen. Mehr Infos über dieses Asana und tausende von anderen auf wiki.yoga-vidya.de Sehr viel zu diesem Asana findest du eben dort unter dem Stichwort Setu Bandhasana. Stichwort Setu Bandhasana